Da kommen jetzt natürlich andere Pflüten dazu. Das sind noch kleine Rucksäcke, gucken wir mal, im Korb das sind. Das ist total, das ist auch kreativ. Ja für die Puppies, ich meine für meine Hütte. Wahnsinn der schon, aber der Rest ist allerdings weg. Welche ist jetzt die Rinder und welche ist die normale? Die Rinder ist diese hier und die normale ist die von Hackendal. Das ist die Rinder und die Rinder. Wir wollen den Salam probieren. Das ist ja auch von Tests und Tests, oder? Hallöchen. Sie wollen 50 Euro im Garten, okay? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.